Grüß Gott. Grüß Gott. Becci,ten Schluss! Bupf! 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 Hey, Beki! Das war der Grüne, der hat den Zeug. Ich weiß, der wollte an die Zitze. Der will auch mit Beki an die Zitze. Das ist auch Oma. Was ist denn du? Ja, gleich. Einfobiaんern, die sind bei der alle Menschen. Bupf! Bupf! Ja, das stimmt. Fast dauert Fredils. Candena. Was ist der TrainingshDIm? Beki macht das. Beki macht das gut. Du interessiert das gar nicht. Das hat Husky, die Regänger. Und bei ihr weiß man nicht, was passiert! Weil Sie sind das alles doch nicht unheimlich, Lot. Hallo mein Freund! Aber hier draußen findet sie Bailey dann wieder Interessante, ne? Ja, wie schlau! Das ist gefährlich, wenn die dahinter Papa langläuft. Ich passe auch auf. Na ja! Die sind eben wohl noch winzig, ja? Den haben wir hier! Winzig! Winzig! Kalos! Liebe Kalos! Also Mutti, der Rote müssen Kalos werden. Wenn es in meiner Macht liegt und ehrlich als Kevin... Als Frauen, ne? Ne, wir haben zehn Namen. Kevin haben wir schon. Ja, dann sollten wir vielleicht da mit drin gehen, ne? Dann bekommen wir die Großen mit. Da muss ich mal aufpassen. Aber das ist mit der Brady auf jeden Fall schon mal besser. Der kommt mal her, schnell! Der kommt mal her, schnell! Ja, die ist feilig, meine Kleine! Guck, 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 guck! Es muss eigentlich nur Casey drin sein. Guck, 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 guck! Jetzt kannst du mir den eh nicht draußen machen. Ist der kalt? Komm, du musst laufen, los! Lauf! Lauf, Kollege! Lauf! 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 Erst Schmatz, dann Platsch! Lauf! Lauf! Komm, weg Ces M fleck! Und den suffered! Das muss wegschmeißen.